Am Finaltag geht's deftig zur Sache bei Stefanie. Bei uns in Stanzküche ist jeder Teller ein Genuss. Mit kleinen Ausnahmen. Da kann passieren, dass da eine Sehne drin ist. Ich hab sie halt leider gekriegt. Dann vergeht einem das Spaß halt auch ein bisschen. Hallo, was sag ich? Das Karamell hat für mich das Dessert kaputt gemacht. Viel zu süß. Also ich kann's nicht essen. Brrrr, eisige Stimmung. Zu süß kann man doch sagen, aber dass es nicht essbar wäre, das kann ich mir fast nicht denken.